Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 9. Februar. Ein Gasleck sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr, Unbekannte legen ein Feuer an der Wiesbadener Helene Lange Schule und was Rechtsextreme auf sozialen Medien so gefährlich macht. Das und mehr heute im Podcast. Ein Gasleck hat gestern zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Wiesbaden gesorgt. Das Gas war aus einem großen freistehenden Flüssiggastank im Blierweg in Schierstein ausgetreten. Da die Gefahr einer explosiven Zündung bestand, mussten der Einsatzort im Blierweg und die angrenzende Saarstraße für den Verkehr gesperrt und Anwohner in Sicherheit gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mithilte. Noch ist unklar, wie es zu dem Leck in einem 6 Kubikmeter großen Behälter kommen konnte. Ein Sachverständiger war vor Ort. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnte der Einsatz gegen 16 U30 beendet und die Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr hatte das Gas abgefackelt und den Behälter so geleert. Wiesbaden wird keine städtischen Flächen mehr für Auftritte von Zirkussen mit Wildtieren zur Verfügung stellen. Anlass für den entsprechenden Antrag der Rathauskooperation aus Grünen, SPD, Linke und Volt in der Stadtverordnetenversammlung war das Gastspiel des Wiesbadener Weihnachtszirkus in der GIP. Die geplante Löwennummer wurde verboten, weil nicht alle Auflagen erfüllt waren. Aus tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten, aber auch aus Gründen der Gefahrenabwehr, seien Zirkusse mit Wildtiershows fragwürdig, betonen die Fraktionen. Die Rechtslage erlaubt es nicht, dass Kommunen generell Auftritte mit Wildtieren verbieten. Das geht nur auf städtischen Grundstücken. Mit seinem Vorstoß steht Wiesbaden nicht allein. Schon 70 Städte haben Beschränkungen für Zirkusbetriebe, die mit Wildtieren reisen, beschlossen. Rückenwind bekommt die Wiesbadener Kooperation aus Berlin. Erst vor wenigen Tagen hatte die Ampelkoalition im Bund einen Referentenentwurf zur Novellierung des Tierschutzgesetzes vorgelegt, berichtete die für Tierschutz zuständige Dezernentin Milena Löbke. Unter anderem geht es darin um den Handel mit Heimtieren und die Haltung von Wildtieren im Zirkus. In der Wiesbadener Helene-Lange-Schule haben Unbekannte ein Feuer gelegt. Der Vorfall ereignete sich berär nachts zum Dienstag. Die Tür zum Sekretariat wurde dabei beschädigt, das Feuer erlosch aber offenbar von selbst. Am Morgen war es aus. Gestern bestätigte die Polizei auf Anfrage, dass außerdem die Rauchmelder in der Umgebung des Sekretariats abgeklebt worden waren. Diese hätten also kein Alarm auslösen können. Dies ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Frage, wie die Brandstifter ins Schulgebäude in der Langenbeckstraße gelangt sein können. Es gab keine Aufbruchsspuren, erklärt die Polizei. Es sei möglich, dass die Brandstifter sich haben einschließen lassen oder anderweitig in die Schule gelangt sind. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen. Der Fastnachtszug durch Hallgarten am Samstag wird diesmal kleiner ausfallen, als die Narren das gewohnt sind. Denn Motivwagen wird es in diesem Jahr keine geben. Das haben der Verkehrs- und Verschönerungsverein Hallgarten, dessen Mitglieder den Umzug organisieren, und das Ordnungsamt der Stadt Östrich-Winkel entschieden. Grund dafür sind fehlende Absperrungen zum Schutz der Besucher, die den Umzug vom Straßenrand aus verfolgen. Die fehlenden Absperrungen seien finanziell nicht stemmbar gewesen, so die Veranstalter. Deswegen habe sich der Verein dazu entschieden, auf die Absperrgitter zu verzichten und nur Fußgruppen zuzulassen. Kritik kam von teilnehmenden Gruppen, die bereits seit Wochen an ihren Wagen bauen und nun nicht mitfahren können. Wie die Veranstalter mitteilen, hätten sich aber trotz der strengen Auflagen der Stadt Östrich-Winkel 16 Fußgruppen gemeldet, die weiterhin am Umzug teilnehmen wollen, auch ohne großen Wagen. Das Ordnungsamt habe dem Verein auch deswegen strengere Auflagen verhängt, da es bisher kein Sicherheitskonzept für den Umzug gegeben habe, erklärt Östrich-Winkels Bürgermeister Carsten Sinz, SPD. Für die nächsten Jahre wollten Stadt und Veranstalter gemeinsam an einer Lösung arbeiten, damit der Zug 2025 wieder mit Wagen stattfinden kann. Die Tötung einer Aldi-Angestellten Mitte Januar in Walldorf hat für Entsetzen gesorgt. Zeugen haben nun ausgesagt, dass es für die Kunden zunächst nicht möglich war, aus dem Laden zu fliehen, da die Türen offenbar automatisch verriegelt wurden. Das bestätigte der Oberstaatsanwalt. Im Zuge der Ermittlungen werde nun geprüft, wie es dazu kommen konnte und ob eine Freiheitsberaubung vorliegen könnte. Aldi Süd äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen und verweist auf das laufende Ermittlungsverfahren. Sicherheitsexperten sind verwundert über die Verriegelung. Ein derartiges Vorgehen stehe im Gegensatz zu jeglicher Amok-Schulung. Durch das Verriegeln der Türen wurden Menschen grundlos in Gefahr gebracht, sodass dies eine völlig falsche Maßnahme gewesen ist, so der Sicherheitsexperte. Es gäbe für Einkaufsmerke aber auch keine verbindlichen Sicherheitsvorgaben für solche Fälle. Die AfD ist auf der sozialen Medienplattform TikTok so aktiv wie keine andere Partei. Mitglieder der AfD, deren gesichert extremistischer Jugendorganisation Junge Alternative und der Identitären Bewegung eBay fluten TikTok mit ihren Inhalten, erreichen viele Menschen. Denn TikTok gehört zu der meistgenutzten App der 14- bis 29-Jährigen. Im Internet kursieren Videos, in denen bekannte Persönlichkeiten ihre Strategie für TikTok erläutern und erklären, wie die Profile erfolgreich und zielgruppenspezifisch betrieben werden. In den Kurzclips geht es nicht um Informationen, Fakten, Hintergründe oder Lösungen für komplizierte Probleme, sondern um schnell aufbereitete Emotionen, sagt ein Berater der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz. Häufig nutze die AfD die Reden im Bundestag und in den Landtagen dafür, um Videos für TikTok zu produzieren, statt auf der Plattform inhaltlich zur Debatte über ein Thema beizutragen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Gude Wiesbaden Gude Wiesbaden Gude Wiesbaden